Kein Jubeltag. Die Squadra Azura, die hatte schon mehr drauf. Nicht er, der jetzt auf die Bühne kommt, aber später bei einer Siegerung haben wir einen dabei, der die Farben Italiens trägt. Zweimal war er heuer Dritter. Und für ihn gilt dasselbe wie für Crawford. Auch für ihn ist es die beste Saison in seiner Karriere. Zweimal Dritter, zwei Volte, Terzo, Questa, Stagione, Signore, Signori, Machia, Kassi! Buonasera. Italienisch oder Deutsch?